Es war kühl an dem Tag und in unserem Park ging niemand spazieren. Mir war ziemlich kalt und ich spürte schon bald, ich fing sehr an zu frieren. Ich sah den Schwänen so zu und da plötzlich kamst du, und da plötzlich kamst du. Du sagtest hier, zieh dir doch meinen Mantel an, weil man sich bei diesem Wetter erkälten kann. Aber ich dachte, mein Freund, nicht mit mir diese Tour. Ich lach mit Fieber zu Hause in meinem Bett, deinen Besuch fand ich reizend und wirklich nett. Du sagtest lächelnd im Park, warst du leider so stur. Wer konnte ahnen, dass mir jemand Blumen bringt? Krank lag ich da, ziemlich blass und noch ungeschminkt. Kein bisschen Rouge und von einer Frisur, keine Spur. Keine Spur, keine Spur. Das war vor einem Jahr, seitdem sind wir ein Paar, weil wir uns verstehen. Und beinahe jeden Tag gehen wir in den Park, um die Schwäne zu sehen. Und wir denken daran, wie das alles begann, wie das einmal begann. Es war sehr kalt und mein Kleid, das war viel zu dünn. Ich dachte dir leid und du hattest nur eins im Sinn. Du wolltest helfen, ich weiß es, das wolltest du nur. Du sagtest hier, zieh dir doch meinen Mantel an, weil man sich bei diesem Wetter erkälten kann. Aber ich dachte, mein Freund, nicht mit mir diese Tour. Ich lag mit Fieber zu Hause in meinem Bett. Deinen Besuch fand ich reizend und wirklich nett. Du sagtest lächelnd im Park, warst du leider so stur. Das war der Tag, als die Liebe für uns begann. Heute zieht jeder des anderen Sachen an. Wir singen morgens und abends und nachts immer nur. Das war der Tag, als die Liebe für uns begann. Ich glaube, ich bin fro Linz. Fieber zu Hause. Untertitelung des ZDF, 2020